Hi. Ich ja. Luisa hat die ersten zwei Stunden frei und ich müsste schon zur Arbeit. Könntet ihr ihr vielleicht ein bisschen beim Frühstück Gesellschaft leisten? Ja klar. Kaffee ist ja voll süß. So was würde meiner Mann nicht einfallen. Nur wenn dein Sohn Babysitter spielen soll. Gehen. Das ist mein Zimmer. Ich wollte sowieso grad runter gehen. Lass mich auf euch. Geht klar. Geht.